Im Android App Store gibt es jetzt die Master Jam Witze App. Jeden Monat ein Update mit 100 neuen Witzen. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Es ist oft frustrierend, wenn man alle Antworten kennt, aber niemand sich kümmert, die Fragen zu stellen. Wenn dein Mercedes plötzlich quakt, hast du auf dem Frosch geparkt. Jesus war die erste Vogelscheuche. Ich bin so alt, ich weiß sogar noch, wie man telefoniert. Als Jugendlicher habe ich mir niemals Tintenheftchen geholt. Ich habe immer direkt im Kiosk gewichst. Nutzt den Sommer und backt Kekse im Auto. Wenn die Kinder im Auto aufhören zu schreien, sind die Kekse fertig. Auspuff und Anlage zu laut. Lackierung zu bunt, Fahrwerk zu tief, Spoiler zu groß. Entschuldigung, Officer, mein Auto hat ADHS. Herr Ober, das Steak ist ja so zäh wie eine Schuhsohle. Entschuldigung, jetzt wo sie es verbogen haben, müssen sie es auch essen. Als Gott schlechte Laune hatte, erschuf er den Drucker. Guck mal, heute vor 5 Jahren. Krass, ne? Das ist ein halbes Jahrzehnt höher. Unfassbar. Wenn die Sonne untergeht, dann finden das alle so romantisch. Aber wenn die Erde untergeht, finden das alle ganz furchtbar. Hat mir ein Escape Room im Keller gebaut. Bis jetzt hat niemand gewonnen. Urologen gehen mir voll auf den Sack. Diese 20 Sekunden nach dem Duschen im Sommer, in denen ich nicht klebe, sind wundervoll. Ich bin nicht alt, sondern fortgeschritten attraktiv. In der Hölle liest euch nochmal jemand die kompletten Dinge vor, die ihr in eurem Leben gegoogelt habt. Wer der Herde folgt, der folgt nur Erschen. Wenn einem im Spanischunterricht mal langweilig ist, dann einfach die Namen der Mitfieler konjugieren. Und wer jetzt noch weiß, was konjugieren ist, der schreibt es in die Kommentare. Leute, die an eine flache Erde glauben, sagen zu Basketball aus, ich habe Frisbee. Donald Trump sollte einen Friedensnobelpreis dafür bekommen, dass er den Angriff auf den Iran doch nicht ausgeführt hat. Es geht nichts über einen guten Freund. Naja, vielleicht einen guten Freund mit einer Kiste Bier. Axel Force auf der Gamescom 2019. Das erst mal sacken lassen. Vor allem dann diese ganzen YouTuber, die dann Selfies mit ihm machen. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Tut mir leid, das ist für mich der größte Arsch in diesem Land aktuell. Den würde ich dann wirklich freuen, wenn ich mit einem Selfie machen würde. Nee, aber sorry, da bin ich noch nicht stolz drauf, wenn ich den treffe. Wenn ein Braunbär schwarz zieht, kann er sich auch mal irren, wenn die Schwarzbärin es zulässt. Mit Eagle Pay meinen die Arbeitgeber übrigens nur, dass sie ab jetzt alle gleichbeschissen bezahlen werden. Der Termin für die nächste Familienfeier und mein Suizid fallen diesmal zusammen.